Willkommen zu Teil 3 von meinen Streaming-Highlights. Es ist ein extrem kurzer Teil, aber es ist, glaube ich, der lustigste Teil. Es ist, glaube ich, das Lustigste, was ich jemals geschnitten habe. Jonas das Navi. Und ich meine, Jonas ist generell... Jonas ist Jonas. Der Typ ist super lustig, deswegen... Es ist mega geil geworden. Schaut es euch bitte bis zum Ende an. Und mich persönlich würde es mega interessieren, welchen Moment ihr am lustigsten fandet. Also schreibt mir das mal bitte unbedingt in die Kommentare. Wenn ihr mehr Streaming-Highlights mit Jonas und Paul zusammen sehen wollt, schreibt mir das bitte auch mal in die Kommentare, weil ich habe noch genug. Ich muss nur wissen, dass ihr es sehen wollt. Dann kann ich sowas nochmal schneiden. Und folgt mal auf meinem Twitch, da kommt das ganze Zeug her. Folgt mal auf meinem Insta und Twitter, das lohnt sich. Da bekommt ihr ein bisschen Stuff aus meinem Leben mit. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like und einem netten Kommi. Bis dahin. Ciao. Links abbiegen, du Fotze. Ja, erneut links abbiegen, du kleine Bitch. So, jetzt gleich die dritte von rechts rechts und dann wieder links. Dritte von rechts rechts. Geradeaus. Ja, ja, I know. Spaß, rechts. Du bist zu weit. Ich weiß gar nicht, was da geht. Dir entziehe ich den Führerschein. Zurück, zurück. Heinrich. 30 Meter zurück, du bist 100. Ich fände es echt gut. Digga, weißt du, ich würde mir echt... Boah, den wehst du. Ich würde mir wirklich ein Navi kaufen, wenn du die Ansage machst. Hört mal ganz kurz an, jetzt wird es nämlich spontan. Okay, rechts, links, rechts. Mal schauen, wo rauskommt. Und jetzt wieder links. Nein, Bruder. Lass mal nachher Drogen nehmen zusammen. Ja, du weißt doch, welche Drogen. So, lass man sich in den Hund verwandeln. Dem Straßenverlauf folgen, bitte, du Fotze. Jo, wir sind da, Ron, Robert. Ich kaufe erst mal so einen Creme. Geht gar nicht. Nick, ich brauche deine Beratung. Hast du das? Da, wo wir hingehen wollen, wo wollen wir denn hin? Wir fahren Karzerflözel, den ganzen Ende. Ja, das passt, das passt. Das klingt ganz gut aus. Hallo. Dieser Horst Kevin hier. Ich kann da mal Hähne machen. Ich bin mal einer Umkleide, also wer mir antfolgen will. Hallo. Paul! Ich hab dein Outfit gefunden. Das wird zu Paul. Ich schick dir das her. Also kann ich mir hier auch so einen Topf von einer Frau anziehen? Okay, Jungs, der Scheiß hat mich gerade 500.000 oder so gekostet. Was? Schreibt euch an, damit ich es direkt wieder ausziehen kann. Okay, ich bleib bei dem Outfit. Ich find das irgendwie porno. Okay, ich bin mal.